hallo unser ganz herzlich willkommen zu diesem video von leider tatsächlich nicht monster cam auch nicht monster manual auch nicht super trainer usw denn das hier ist jetzt mehr oder minder ein informationsvideo für euch denn wer gestern dabei war weiß dass ein bisschen gelag hat ich weiß auch wieso hat eben beim internet provider angerufen und ja scheinbar gab es in meiner zone eine störung das sollte aber schon behoben sein ist es jedoch noch nicht aber heute und sweetest gemacht und upload 59 und download 56 also nicht mal annähernd 40.000 downloaden wie sonst mit meiner leitung was bedeutet das ganz einfach der live stream wird heute nicht stattfinden denn es ist einfach käse ich meine gestern oder ihr seht es hier allein schon mal wie sich raiquaza und latias bewegen die ganze länge die hier ab und zu mal und ja da kann man natürlich nicht kämpfen geplant war es ja mit euch zusammen in der champions league zu kämpfen oder ja mal zu versuchen ob es funktioniert das kann ich natürlich jetzt komplett vergessen und ich sag mal so ihr seid die meisten von euch sind wahrscheinlich auch gamer oder viele von euch und ihr kennt das wenn ihr so eine langsame verbindung habt da sie nicht mehr zocken können ich bin auch richtig angepisst gerade er hat gemeint ein bis drei teile können es dauern also es könnte auch schon der fall sein dass heute noch irgendwie eine nachricht kommt dass vielleicht ein techniker und so weiter vorbeikommt im schlimmsten fall es könnte aber auch sein dass hier einen fehler finden und dass ich es direkt reden können dass wir heute schon wieder also heute gegen abend eine gute verbindung haben da wird natürlich noch das stream kommen ganz klar doch jetzt bleibt mir nichts anderes übrig also zu verschieben morgen wird nicht viel passieren morgen ist sonntag heute passiert auch nicht mehr viel heute sind nicht so viele leute drin hat er gemeint ja okay kann ich verstehen wochenende aber ist natürlich ärgerlich und mich ärgert das wahnsinnig denn ja ich wollte heute ich wollte eigentlich dieses wochenende so ein schönes live wochenende machen heute flash contours beziehungsweise monster menu und monster camp morgen farcry oder heute abend auch noch farcry morgen mal schauen was wir dann noch streamen können ja kann ich jetzt vergessen ist sehr sehr schade und deswegen werde ich auch in diesem video jetzt nicht kämpfen denn ja auch das ist natürlich crap wenn ihr eine diashow sehen wollt könnt ihr auch einfach in google irgendwelche pokémon bilder anschauen die nach der reihe ablaufen lassen habt ihr auch eine diashow aber es bringt sie auch nicht ja und ich wollte auch noch euch auch noch ein fairy type team zeigen beziehungsweise standard themen da ich auf der deutschen facebook seite zum also auf der facebook seite zum deutsch zur deutschen version gesehen habe dass einer gemeint hat die an sie kann man komplett vergessen man soll lieber bulu nehmen und daraus ein team machen das wollte ich natürlich jetzt klären und mal testen und ich habe auch ein gutes team gefunden das wird mir von der lieben ina zur verfügung gestellt danke dir dafür doch ja kann ich jetzt natürlich nicht zeigen dann standbild beziehungsweise die erschauen und darauf habe ich gar keinen bock weil er sich hat mit sicherheit auch nicht ich weiß auch tatsächlich nicht ob heute noch ein zweites video kommt im effekt hat nicht einmal sich aufnehmen könnte was sich lohnen würde wenn es leckt deswegen bin ich jetzt ratlos deswegen tut es mir wirklich leid aber es macht hat auch keinen spaß aufzunehmen oder ein video zu machen wenn es eben ja so eine beschissene verbindung ist und ja sehr sehr schade deswegen am sorry sobald das internet wieder funktioniert mit etwas klick heute schon mit pech erst nächste woche oder vielleicht auch erst in einer woche da wird es natürlich wieder ein live stream geben und sollte es natürlich ein bisschen langer darum will ich trotzdem schauen dass wir videos zusammen bekommen ganz klar aber jetzt bleibt uns erstmal nichts anderes übrig als abzuwarten und zu hoffen dass es besser wird deswegen ja ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen ich hoffe ihr nimmt es mir nicht böse ich tue wirklich mein bestes doch leider kann ich da jetzt nicht mehr viel machen router an und ausschalten hat auch nicht geholfen und ja ich würde einfach mal sagen wir schauen ob heute noch ein zweites video kommt ich werde mir etwas einfallen lassen vielleicht habe ich ein bisschen mehr glück hier mit farcry oder mit rainbow six damit da heute ein video kommen und ja dann schauen wir einfach mal weiter wie es die tage so abläuft deswegen dank fürs zuschauen entschuldigt noch mal und wir sehen uns bis dann